Meine Kamera ist leider nicht so gut. Könnt ihr das sehen? Es ist so schön. Die Sonne ist ein bisschen rausgekommen und wir sehen tatsächlich etwas von den Bergen. Nicht viel, aber die Farbenvielfalt ist schon interessant. Und wenn ihr euch wundert, warum wir Sonnenbrillen tragen, nein, das ist nicht aufgrund der Sonne. Es ist aufgrund des Schnee-Regens.